gdb 50 aberkannt ist meine altersrente für schwerbehinderte menschen in gefahr mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de hilfe liebes rentenberater team von rentenbescheid24.de ich habe angst dass die rentenversicherung mir meine altersrente wieder wegnimmt ich bin seit april 2021 altersrentner für eine altersrente für schwerbehinderte menschen diese rente habe ich ohne abschlag bekommen oder bekommen die ohne abschlag ich komme mit der rente gerade so über die runden das versorgungsamt hat mir den damals zuerkannten grad der behinderung 50 wieder aberkannt weil ich wegen meiner krebserkrankung als geheilt gelte widerspruch habe ich gegen den bescheid der aberkennung nicht eingelegt ein bekannter sagte mir nunmehr dass mir die rentenversicherung meine rente wegnehmen kann weil ich ja nicht mehr als schwerbehindert gelte stimmt das wirklich ich habe ganz große angst dass man mir die rente wieder wegnimmt nein meine damen und herren anspruch auf die altersrente für schwerbehinderte menschen hat wer bei rentenbeginn das merken sie sich jetzt bitte rentenbeginn die 35 jahre wartezeit erreicht hat das entsprechende lebensalter entweder für den frühestmöglichen beginn oder für den abschlagsfreien beginn vollendet hat und wer bei beginn der rente den grad der behinderung 50 nachweisen kann entweder durch schwerbehindertenausweis oder noch besser durch einen entsprechenden feststellungsbescheid des versorgungsamtes oder wie in sachsen anhalt zum beispiel des landesverwaltungsamtes wenn die schwerbehinderteneigenschaft nach beginn der rente und erteiltem rentenbescheid wieder wegfällt ist das für die einmal erteilte altersrente für schwerbehinderte menschen im grundsatz ohne belang das heißt sie können weiter die altersrente für schwerbehinderte menschen beziehen obwohl sie dann nach beginn der rente nicht mehr als schwerbehindert gelten wenn man ihnen die schwerbehinderteneigenschaft wieder aberkennt also ein beispiel sie bekommen am 1.4.2021 die altersrente für schwerbehinderte menschen weil sie zu dem zeitpunkt alle anspruchsvoraussetzungen für diese rente erfüllt haben also auch den grad der behinderung nachgewiesen haben und am ersten fünften also einen monat später nimmt man ihnen den grad der behinderung wieder weg dann bleibt es bei der rente sie müssen da überhaupt gar keine angst haben das gilt auch dann wenn sie zum beispiel bei beginn der zu zu erteilten rente hier ihren wohnsitz in deutschland haben und dann zwei monate später nach amerika verziehen oder nach thailand wie auch immer und dort dauerhaft ihren wohnsitz haben dann gilt nach dem sgb 9 dass man ihnen den grad der behinderung den man hier festgestellt hat wegen wegfall dauerhaften wohnsitz in deutschland wieder aberkennt heißt aber nicht dass man ihnen in diesem fall die altersrente aberkennt weil sie zu beginn der altersrente die entsprechende schwerbehinderte eigenschaft nachweisen konnten deshalb müssen sie sich in solchen fällen überhaupt keine sorgen machen wer einmal rechtskräftig seine altersrente für schwerbehinderte menschen zuerkannt bekommen hat kann sie rückwirkend kann sie dann nicht mehr aberkannt bekommen wenn ihnen wenn ihnen dann in der zukunft der schwerbehinderten grad von 50 oder diese eigenschaft die schwerbehinderten eigenschaften wieder aberkannt wird näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel eine reine der wögel sind